Jo, hallo, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Dead Island mit heute einem guten Kumpel von mir, und zwar Mr. Toxicle Er hat auch noch einen YouTube-Kanal, Link dazu unter in den Videobeschreibungen Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, go! Ja, das ist irgendwas mit... Schlüssel zum Leben Hol dir die Rettungsschwimmer, Schlüsselkarte vom Bungalow 11 Ah, der ist markiert, oder? Das ist die Karte unten rechts Das ist der Weg, das ist der Weg, ne? Das ist voll easy Tötisch Ja, ich hab'n Holzschwein Der Anfang ist noch leicht Der Anfang ist noch leicht, später wird's Im Dschungel wird's richtig spannend Richtig cool, eigentlich im Dschungel da Wie kann ich Waffen wechseln? Von Jason Easter Egg Äh, mit RB Wenn du gedrückt hältst, hast du dein Inventar da Die Hälfte muss noch freischalten, aber wenn du nur RB drückst Wechselt er automatisch Waffe durch Ich will Schlagstück, man Jetzt sträufel ich die Geprügel raus, wie man Wenn du AT drückst, zielst du zum Beispiel Kannst die Fluffen... Ja, ja, ich hab schon mal mein Waffen-Paddel weggeschmissen, ich weiß Ich hab' das jetzt weggeworfen Ich hab' das jetzt weggeworfen Oh, ich wollte es nicht wegwerfen Das hat... Ah, der ist schon tot Nein, hab' ich grad gezählt Ach... Ok... Äh... Ich kenne mich aus Ah... Das machen wir dann lieber Was sind die, Mann? Na hier Ah, der lebt noch Stitt, du Fotze Wieso liegen die alle im Boden, Mann? Weil die grad gefressen haben Weil die grad gefressen haben Achso... Hat das Spiel eigentlich auch so ne Story, wo man halt so erfährt, ja, warum die alle so ein bisschen und so weiter Ähm... War ich grad überlegen Nein, war ich grad nicht Ich hab' die Szene übersprungen Ok Ich hab' mich damals einmal angeguckt, sonst hab' ich die übersprungen War ich nicht mehr... ist so lange her Aber wie gesagt, wenn die Waffen halt so kurz vom Ende sind Entweder gehen die automatisch hier kaputt oder Die machen halt keinen Schaden mehr, wenn die fast kaputt sind Machen die kaum noch Schaden Dann musst du am besten weg sein Guck mal... Was ist denn das hier? Uh, ein bisschen paar Drinks Guck mal, kannst du machen Tür aufbrechen, da gibt's einen Erfolg, wenn du's mit einmal schaust Warte mal... Ja, ist... Dann wird's nach unten halten, da gibt's ja beweglich das Wenn du da nach oben drückst... Ja, ich weiß, aber ich bekäge das nicht Ist ja da voll, ja Komm, du bist schwarzt Was? Ja... Kann ich die mitnehmen, auch die Energydrinks? Ich muss die nicht mehr trinken, oder? Ja, die kannst du auch so mit trinken, das bringt dir Zeit Ich hab ne stünde keine... Den Dintrich brächten wir Ja, kannst ein Tauchermesser anbauen Achso, was ist mit dem? Ich hab ne Ding, ne Messe Ja, ein Tauchermesser Was macht der, du Scheiße? Nein, der hat irgendwie da umgebracht Keine Ahnung Ich muss dich schon für Energydrinks Gedunken hab Als auch Alkohol trinken wir was sagen, wir soffen und kippst um Ja, man Beim ersten Versuch Mal nach links Und einen Erfolg bekommen Unter dir Sagst du nix Weißt du, ob du mal hinmüsst Bis dich jetzt Ja, ja, wir mussten Wir mussten Wir mussten Dir was holen Ach, ich... Spinnst du? Ist klar? Joa Oh, glaub ich halt. Jetzt bin ich tot. Ha, ich kann dir nicht helfen, ich kann mir noch keine Medikits kaufen. Wie hab ich das gemacht oder wie hat er das gemacht? Was? Mich getötet. Jo. Die ganze Knallen hier, die du erlegt. Die ist festgekettet. Ah, jetzt ging's. Ja. Ich halt am besten, ey Fässer, die kannst du ruhig nehmen. Macht nichts. Ich komm schon, ich bin der Erste, das da ist. Nee, die gefällt mir nicht. Jetzt ist sogar schon ne Kamera, komm. Geh da drauf jetzt. Fällt mir doch gut. Ich hab noch rechtes Stick fallen. Ja, ja. Ich steh's. Uh, ich kann das sogar schießen. Okay, das ist fast getötet. Ach so, die war noch am Leben. Ich dachte, der ist tot. Ja, aber du kannst das nehmen, aber noch nicht. Ey, das ist ja lustig, das hüpft nochmal, hüpft nochmal. Haha, das sieht so geil aus. Du ziehst so diese Füße ein. Lach mich nicht. Lach mich nicht aus. Tadam, tadam. So, wo ist hier die Party? Da warne ja schon. Naja, wir müssen die Mission abgeben. Achso, wir haben schon gemacht. Ich dachte, wir gehen jetzt. Nein, ich krieg's hier. Das krieg's hier am Bauplan genagelt. Bauplan. Das ist ein Baseballschläger und du die Näge, die du da dran machst, halt immer. Interessant. Ja, das ist ganz später noch alles. Quest. Mach mal gleich die nächste Hauptquest, oder? Ja, das ist schon schwierig. Geht's immer nicht zum Schimmelturm und erledige alle Untoten der Gegend. Das ist halt alles noch leicht. Ein Baseballschläger, sehr schön. Geholen. Siehste, da kannst du nachher diesen Bauplan dran machen. Den Baseballschläger. Kann ich das jetzt schon machen? Ne, da brauchst du nachher so ne Werkbank. Ich lass aber den Turm da, wo wir jetzt hingehen. Scheiße. Ach, komm jetzt mal. Oh, hallo. Ich liebes Waffen zu werfen, das Bock zu. Geh doch einfach mal laufen. Pfff. Das ist so geil. Scheiße, ich hab keine Waffe mehr. Ja, nichts mehr. Oh, keine mehr. Ich hab keine Waffe mehr. Ich hab keine Waffe mehr. Statt das dein Leid nicht kostenlos ist, das braucht ein bisschen mehr. Ich kenn's aber schon auch dein Leid, ne? Ja. Ja. Ich boxe jetzt so durch. Ey, das geht ja viel besser mit Boxen. Och. Gibt auch Schlagringe als Waffe. Nee. Ich hab keine Energie mehr. Warte, ich werf den Stock. Ja. Hey, kann ich da rutschen? Ja, ich bin zu weit gesprungen. Und los. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Was dumm ist. Wow. Diese Action. Kein Bock runter zu springen. Das ist für mich im Gebiet. So, ich brauche eine Waffe. Ey, der schläft hier. Der schläft hier einfach. Die meisten schlafen. Aber die leben meistens alle noch. Jetzt schläft er für immer. Okay, das sind 3. Ich mach jetzt alle 3. 4 sogar. Das ist alles für die... Ey, der 2, den kannst du ja... Ja genau, der 3, den kannst du ja... Ja genau, der 3, den kannst du ja... Bist du, bin ich jetzt tot? Naja, du bist noch umgeflogen. Geht doch da überall hin, wo man gar nicht hin will. Ja, aber die... Ja... F**k. Die ersten Stock. Mann! F**k fest. F**k fest. F**k fest. Nein. Okay, wo müssen wir hin? Konzentrieren. Auf das Missionsziel. Ich komm nicht weiter. Ich weiche. Geh weg, Stuhl! Warte hier vorne. Ich bleib mit die Schummann. So. Auf hier hin. Auf hier hin. Auf hier hin. Wir sind hinter Totenköpfe auf der Karte. Ist das ein gutes Zeichen, die Zombies? Also kein gutes Zeichen. Wir sind meistens immer Zampies, die du kennen musst oder wo du irgendwas kriegst. Wollen wir eben Mission und so sehen. Stieb. So. 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 Warte mal. Wie du spoilst alles. Naja. Ich spüre mich, dass du verschwendest. Okay. Ich habe nur Fäuste. Ich mache damit... Was bekomme ich, wenn ich den dicken nur mit Fäusten mache? Nichts. Ich dachte. Ich kann ja schon mal erklären, was das so viel ist. Das sind eigentlich Schläger. Ähm. Da sollte er am besten die Arme entweder mit stumpfen Waffen die Arme brechen oder mit scharfen halt abschlagen. Die sind ein bisschen stärker, die könnte ich leicht umschlagen. Die musst du mal ausweichen. Jetzt kannst du zum Beispiel das rote Ding nehmen und das dann nehmen werden. Das soll der Dicke sein? Das soll der Dicke sein? Kannst du mal hingehen? Warte, mach den mal. Komm her. Mach dich. Mach dich. Mach dich die alte hier. Ach dich. Okay. 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 Schmerz auf das Ding. Warte. Ich muss erstmal wieder reinlocken mit dem Typ jetzt. Komm mal. Der rein. Warte. Der geht auf mich. Komm wieder. Der geht weg. Lass es kriegen. Lass es kriegen. Oh. Oh. Also ein Realismus ist das Spiel kaum zu übertreffen. Also ein Realismus ist das Spiel kaum zu übertreffen.